Ja, wie den fliegenden Gräse war. So, wir werden eine Bombe hier hinlegen. So, jetzt müssen wir bloß noch schnell da rüber, ne? Jawoll, alter, echt? Zwölf, null, achtundzwanzig. Okay, jetzt nochmal durchrennen, ne? Echt, dieses Level macht mich einfach nur fertig, ne? Gerade eben fast in der Partzeit geholt, ne? Jetzt, dann brauchen wir noch 30 Gegner. 30 verschissene Gegner und die restlichen Goldkannen. Und jetzt machen wir mal einen ganzen Arsch voller Bomben, habe ich so das Gefühl. Die hier schon sehr großzügig gesät sind, ne? Muss man schon dazu sagen. Aber, das ist ja die letzte Welt, da kann man schon mal ein bisschen was erwarten, ne? Habe ich, glaube ich, bei Altair auch schon genug für einen Endboss, der eigentlich jetzt irgendwie doch nicht der Endboss ist, weil wir dann noch gegen sie lösen können müssen, ne? Jetzt sollst du einfach Bomben legen und nicht Bomben kicken, alter, ne? Am meisten stresst halt einfach, dass hier so überall irgendwas unterwegs ist. Was man einfach nicht haben will. Da über diese fliegenden Drecksviecher. Das ist zweit weg. Ich hoffe, das geht jetzt nochmal ganz genauso gut, wie gerade eben. Hier. Bombe. Ganz genau. Jetzt könnte er da mit seinem Laser machen, was er will. Wenn ich jetzt in der Hoffnung lebe, dass ich jetzt einfach schneller bin. Na? Erfreulich nicht, ne? Jawoll. Gut, paar Zeit haben wir. Ja, rock'n'rollen, Mann. So, Leute, dann holen wir uns erstmal die erste goldene Karte hier. Wenn man halt gescheit werfen könnte, ne? So funktionieren. Flup. So, und wenn wir jetzt gerade schon in der Nähe sind, holen wir uns den Ballen. Sehr schön. So, und der Rest wird jetzt leider ein bisschen schwieriger, ne? Aber, wir sprühen jetzt gleich hin vor. So, und wir sind jetzt erstmal hier hoch, ne? Und dann nach links. So. 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 nach links, Alter, ich will da jetzt nicht runterfallen. Alter, es hat mich fast selber erwischt. So, das war jetzt die nächste goldene Karte. Ja, die anderen zwei werden jetzt ein bisschen happy hardcore zu holen. Aber vielleicht wir haben Glück, ne? Genau, so. Jawoll! So, jetzt holen wir jetzt erst einmal noch die 30 Gegner. Und da ist er. So, es fehlt noch eine. Weißt du, wenn halt die halbe Welt nur... Wenn man halt ein Spiel auf Bombjumps aufbauen muss, dann tut es mir schon leid. Dann tut mir das einfach echt leid. Nein! Scheiße, Alter, jetzt habe ich es versaut. Da ist er. Na, wenigstens habe ich jetzt schon mal den Ballon. So, Leute, ich habe den Ballon, ich habe den Ballon, ich habe den Ballon. So, 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 so. Ballon, ich habe den Ballon, ne? Jetzt ist es wurscht, jetzt ist es wurscht. Jetzt habe ich doch noch einmal wieder zu. Ja, ich gebe es jetzt erst mal auf. Ich weiß, wo es ist, aber da kommen wir auch noch hin. Aber irgendwie jetzt so nach drei Stunden die goldene Karte so, habe ich keinen Bock mehr. Jetzt schauen wir uns das nächste Mal an. Kommt auch noch. Tullu. Bis zum nächsten Mal.